Wie sind Pestizide in aller Munde? Denn Pestizide sind ja in aller Munde und das leider nicht nur sprichwörtlich, sondern auch real. Weltweit werden 4 Millionen Tonnen eingesetzt. In der Schweiz sind es 2000 Tonnen von diesen Substanzen, die dazu kreiert wurden, um Leben zu töten. Ist es eine wirklich gute Idee, diese Substanzen breitflächig auf unsere Lebensmittel auszubringen? Wenn man nun diese Gesamtmenge von Pestiziden, die auf der Welt eingesetzt werden, geteilt durch alle Personen auf der Welt rechnet, dann bleibt für jede Person ein halber Liter bzw. ein halbes Kilogramm Pestizid übrig. Wichtig bei diesem Lösungsansatz ist, dass es ein holistischer Ansatz ist. Das heisst, wir arbeiten mit der Natur und nicht gegen die Natur. Und was ich Ihnen noch mitgeben möchte auf den Weg ist, dass Sie als Konsumentinnen und Konsumenten einen Einfluss haben. Denn das, was Sie kaufen, wird produziert. Und Ihr Einkaufszettel ist wie ein Stimmzettel. Und Sie können bestimmen, in welche Zukunft wir investieren. Vielen Dank.